servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge taktik fox leute ich zeige euch meine aufstellung die ich wie ich aufstellen will für das rückspiel gegen lazio rum ja und damit gehen wir mal rein hier in den knaller gut neuer ist klar oder neuer hat sich ja bewiesen haben wir ja gesehen heavy kane kommt auch nicht drum rum auch wenn er jetzt zuletzt wirklich schwach war muss man ehrlicherweise sagen es wäre schön wenn ein heavy kane einfach mal in diesem bereich bleiben würde hier gut hier sehen wir jetzt nur den mittelkreis wäre also schön wenn das der gegnerische 16er wäre und wenn er sich nicht immer wieder bis ins elendige fallen lassen würde das würde ich sehr begrüßen ja ansonsten wenn heavy kane das gerne machen möchte da müsste man halt mal mit zwei stürmern spielen da müsste man ihm hatten tell neben stellen dann kann heavy kane sich ja gerne bis auf die sechster position fallen lassen wenn er dann den tell da vorne einsetzt ja super ich meine wir haben sie jeder der ein bisschen tottenham gesehen hat hatte was zusammenspielt mit song son ähnlich dann ist das auch gut ja aber es macht halt keinen sinn mit er der einzige neuner auf dem feld ist und er sich noch fallen ist das macht einfach keinen sinn sorry ja deswegen bitte lieber heavy kane bleib da wo du bist ja man könnte natürlich jetzt sagen oder ich könnte sagen komm wir spielen mit mit zwei stürmern wir können ja mal gucken komm wir fangen mit der viererkette an die sollte sich ja eigentlich von alleine aufstellen auch wenn wir viele viele möglichkeiten haben die ich persönlich aber nicht wirklich sehr von daher für mich ja ich habe seit monaten seit monaten sachlich gelöst ist mein in verteidiger nummer eins und das ist auch so ja wenn man hat das gefühl dass er super mit dem dial harmoniert dass sie sich super verstehen sich gegenseitig kommandos geben da absprache ist das sieht richtig gut aus und deswegen haben die beiden zu spielen kein opa kein minje keine scheiß dreier kette wir müssen die tugenden die wir gerade können ja die müssen wir bringen und das ist vierer kette ja rechts ist leider die schose so wir könnten natürlich auch überlegen leimer zu bringen aber ich würde den leimer ja gut wir könnten halt überlegen echt mit zwei stürmern zu spielen und nur mit einer sechs dann könnte man natürlich überlegen den leimer als rechten verteidiger zu bringen aber ich fühle den leimer als rechten verteidiger genauso genauso viel wie ein kimmich als sechser von daher ist für mich kimmich der rechte verteidiger linke verteidiger ist natürlich so eine story davis oder gurreiro das sind unsere alternativen die wir haben ich will den gurreiro bringen erstmal ja wir können natürlich den davis hier schon mal eintippern als alternative wobei ich den davis auch als alternative für eine posi weiter vorne sehen würde im späteren verlauf das ist ein k.o. spiel da muss man optionen haben wenn es brennt und dann kann man den von sie noch mal noch mal reinbringen von daher wer von sie bei mir ist mal draußen ist ja auch erst wieder aus einer verletzung da ich denke gurreiro ist auch spielerisch der stärkere defensiv sind sie beide gleich schwach denke ich ähm ich weiß jetzt nicht ob lazio so einen superschnellen außen hat überdehe ich gerade ich versuche mich gerade ans hinspiel zu erinnern aber da war lazio jetzt auch nicht so offensiv präsent ähm von daher denke ich schon dass es mit gurreiro erstmal passt ähm ja gut pavlovic wird bei mir immer spielen das steht auch außer frage ähm und jetzt könnte man natürlich überlegen ne also ich fühle eigentlich schon diese option mit einer doppelspitze und ich glaube das wäre vielleicht auch eine geschichte womit lazio nicht rechnen würde ne die frage ist halt ob die mannschaft das umsetzen könnte aber komm wir machen das einfach mal sagen wir einfach mal Kane und Tell in der doppelspitze hat für mich einfach den riesigen Vorteil dass ein Kane halt auch seine Stärken ausspielen kann ja mit dem fallen lassen und den vorderen Mann mal einzusetzen ähm Kane ist auch ein spielender Stürmer dann hat er auch noch eine Anspielstation mal neben sich genauso kann Tell sich aber auch mal fallen lassen kann mal auf dem Flügel ausweichen ähm das würde ich beim Heavy Kane eigentlich nicht fühlen Heavy Kane ist für mich der zentrale Mann der hat nichts auf dem linken Flügel der richten Flügel zu suchen wenn ich das immer sehe kriege ich einen Kackreiz ja das kann gerne ein Tell machen der kann ein bisschen drum herum spielen alles gut aber ansonsten sollten die beiden auf einer Höhe sein ne hat auch den Vorteil dass nicht beide Innenverteidiger sich auf dem Heavy Kane konzentrieren ne dann hat ein Heavy Kane auch ein 1 gegen 1 und kann da vielleicht auch noch ein bisschen mehr stechen oder wenn es dann so ist dann hat ein Tell natürlich Räume ja also ich denke dass eine Doppelspitze wäre schon echt eine Sache die wir auch hätten diese Saison mal ausprobieren können weil das ja schon eine Stärke von Heavy Kane auch ist ja ja dann war es so dass wir außen mit dem Sané gespielt haben und Coman und die dann eingerückt sind und Heavy Kane die dann eingesetzt hat das hat ja auch zwei, dreimal ganz gut geklappt aber so die richtige Stärke mal mitzunehmen gerade wenn dann da mal eine Eingespieltheit da wäre die natürlich jetzt nicht gegeben ist ähm dann hätte das gut was werden können ja und jetzt haben wir natürlich die Option ähm ihr seht es ja wir haben 2, 4, 6, 7, 8 wir haben noch drei Spieler bedeutet entweder geht man auf eine Doppel 6, Doppel 8 mit zwei Außen ne und wir würden dann auch mal mit Flanken spielen wäre ja was gerade mit zwei Stürmern da drin oder man geht wie gehabt auf die etwas defensivere Geschichte ähm wieder mit zwei Sechsern und dann vielleicht kein extra in der Mitte dass ein Kane wirklich Platz hat um sich fallen zu lassen ähm könnte man da natürlich auch machen man könnte aber auch mit den Halbpositionen arbeiten weil ja eigentlich spielen wir ja eh nicht mit Flanken also da soll doch mal jemand sagen wir hätten keine Option ne ich hab euch jetzt hier schon allein äh einige Optionen dargelegt also ich denke Musiala muss spielen das steht ja außer Frage ähm ich denke Musiala hier auf der Außenposition ist wirklich verschwendet ja ist meine Meinung ähm wie gesagt da wir jetzt mit zwei Spitzen spielen und wir vielleicht davon ausgehen dass ein Heavy Kane sich ein bisschen fallen lässt kann man halt echt sagen man spielt auf den Halbpositionen ne und spielt nicht diese klaren Außen weil wir das eigentlich eh nicht spielen von daher würde ich Musiala so auf die die linke Halbposition stellen ähm ja und wir könnten Musiala aber auch auf die Halbrechte stellen und ein Saragossa auf die Halblinke ich hab vom Saragossa einfach zu wenig gesehen um das irgendwie objektiv ein bisschen beurteilen zu können das ist gerade mein Problem was ich habe ähm von daher würde ich ein Sané die Chance geben weil wir haben ja gehört er wird fit gespritzt oder was auch immer und wird ihn auf die Halbrechte Posie stellen sollte das nicht klappen tauscht man geht Musiala auf die Halbrechte Posie und Saragossa kommt zur Halbzeit rein oder wenn es gar nicht geht beim Sané man muss halt ein Statement setzen äh das ist ein K.O. Spiel um die Champions League da muss ich ihn halt nach 20-30 Minuten nach Hause auswechseln und Feierabend na da muss man dann auch nicht irgendwie rumeiern ganz einfache Kiste oder gut und jetzt haben wir natürlich noch unsere Allzweckwaffe Kroni Leimer Alter Kroni ja wir können es dann eigentlich auch so machen taktisch gesehen ja nebeneinander ist natürlich ein bisschen kompakter durch die Mitte hat natürlich dann den Vorteil ähm natürlich warte wie konnte ich hier Pfeile machen nicht gucken immer noch machen wir jetzt drehen wir richtig auf hier so ja ein Heavy Cane ist klar Heavy Cane bespielt diesen Raum so kann ich nicht ja Matisse ist auch klar natürlich nach vorne Matisse würde ich dann aber auch eher sehen habe ich ja schon gesagt da müsste ich jetzt aber hier noch so Pfeile einzeigen dass er ruhig ein bisschen auch nach außen rausgehen kann ähm man kann das natürlich auch variabel spielen ja ein Musiala muss da nicht immer in der Halbposition stehen genau wie ein Sané nicht immer in der Halbposition stehen muss ähm die können natürlich auch mal auf die Außenposition gehen und dann kann natürlich gerade im Spielaufbau auch ein Leimer auf die Außenposition zum Beispiel rücken ja oder auch ein Pavlovic auf die Halbposition also auch die können natürlich hier in diese Position gehen ja die müssen nicht nur in ihrer mittleren Position bleiben aber natürlich können sie auch beide in die mittleren Position gehen ja da haben beide die Qualität zu und gerade so ein Leimer wird super wichtig sein äh im Gegenpressing ähm da 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 ist er einfach eine Maschine ja ähm ansonsten die beiden die werden die Viererkette hier schon organisieren Guerreiro und Kimmich muss man dann je nachdem vielleicht ein bisschen einbremsen ja aber natürlich wenn die auf der Halbposition bleiben hat natürlich der Außenverteidiger hier eine Menge Land zu sehen ja sind aber natürlich wenn wir ehrlich sind auch beide Außenverteidiger ein bisschen zu langsam für ne da wäre ich dann auch schon beim Tuchel dass man sagt geh mal bis hier und nicht weiter ja auch beim Guerreiro lass das mal mit dem Hinterlaufen ähm oder es muss dann halt auch hier der Sechser nach Außen gehen ja das muss man natürlich das muss natürlich abgestimmt sein das müssen Abläufe sein aber die sind ja bei uns leider nicht vorhanden aber ansonsten wenn Guerreiro hier hinterläuft hinter Musiala der ist so da muss halt hier einer von den von den beiden Sechsern hier auf die Seite mit ausweichen ja wenn weil Guerreiro ist nicht so schnell wieder nach hinten nach hinten wenn wir einen Ballverlust haben und da wir viele Ballverluste haben ähm aber dafür haben wir dann ja auch zwei Sechser oder zwei Achter je nachdem wie ihr das nennen wollt natürlich könnte man sonst auch sagen wenn man das über eine Seite macht dass die die der andere äh Außenverteidiger natürlich sehr defensiv bleibt und man die gesamte Dreier auf eine Dreierkette ist und komplett verschiebt ja dass man dann eine Dreierkette hinten hat und nicht die Viererkette kann man natürlich auch machen also taktische Möglichkeiten gibt es ja genug nur das ist halt ein bisschen schwer bei uns aktuell zu sehen ne aber gut das wäre meine Aufstellung ich würde eine Doppelspitze mal etablieren ähm hätte man auch schon viel viel eher machen können aber gerade jetzt gegen Lazio Lazio wird super defensiv stehen die werden auf dem auf dem Immobile setzen äh deswegen auch Daya unterliegt weil die für mich die sichersten Innenverteidiger aktuell sind deswegen auch ein Laimer der schon viel in der Entstehung unterbinden wird ähm und einfach mal klar auf die auf die Halbposition ich meine eigentlich sind die Spieler eh immer nur auf den Halbposition ja auch wenn Sané mal hier steht und dann hier auch mal einen Ball kriegt dann rennt er eh bis hier hin na du siehst ja nicht einmal dass ein Sané hier lang geht und außen mal mal durch geht Musiala macht das schon mehr muss man fairerweise sagen ja der versucht auch mal außen durch zu gehen aber stehe ich dann auch keine Flanke sondern versucht dann irgendwie den 16er rein zu dribbeln und den Ball dann rein zu legen oder nach hinten zu legen oder sowas oder selber aufs Tor zu schießen ähm da sieht man das schon ein bisschen ja und dann haben wir natürlich immer noch die Waffe mit Fonzie Davis dann der natürlich dann auch hier die Seite auch mal mal durch durchsmaschen kann von der Geschwindigkeit her ja weil er auch wieder schnell genug nach hinten ist ähm das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte deswegen einfach auch als Einwechseloption meiner Meinung nach und gerade wenn wir auch so spielen hier da haben wir natürlich dann auch ein bisschen Raum um dann vielleicht später zu sagen pass mal auf der Leimer ist ja noch nicht so lange fit ja der Leimer ist vielleicht einfach auch mal ein bisschen müde und muss dann irgendwann raus dann kannst du halt auch einen Goretzka bringen ja ähm und dann hat der Goretzka hier auch den Raum den er braucht weil er dann mal gehen kann ähm aber je nachdem wie Lazio steht wenn Lazio super hinten drin steht dann macht so ein Goretzka halt wenig Sinn ja aber sollte es so sein dass wir irgendwie in Führung gehen oder mit zwei Toren führen damit Lazio natürlich ein bisschen aufmachen und dann ist das natürlich eine Option die man ziehen kann ja äh genauso wie ich ja schon sagte wie Brian Saragossa eine Option ist aber ich persönlich sehe es eher beim Sané also Musiala wird bei mir durchspielen äh natürlich sollte er einen richtig schwarzen Tag erwischen und keine Leistung bringen ja na klar dann geht es auch darum dass man ihn auswechselt logisch ja aber ansonsten ähm ist das die Option ja in diesem System ist es super schwer eine Position für Müller zu finden ähm wir setzen den Müller jetzt einfach mal auf halb links weil Müller ja Müller kann ja auch überall rumeiern machen wir uns auch nichts vor ist natürlich als Typ wichtig aber in diesem Spiel muss es erstmal über ja über eine gute Taktik gehen meiner Meinung nach und da sehe ich Müller gerade also Müller hat es halt nicht geschafft mit dem Kane zu harmonieren so das können wir mal festhalten ja so Müller und Levy war war ein komgeniales Duo das war eingespielt das hat gepasst aber Levy war natürlich auch ein ganz anderer Charakter Levy hat sich ja niemals fallen lassen ja gegen Ende hin hat er das auch zwischendurch mal gemacht aber das war dann echt so ja ich mach das mal einmal damit in den Statistiken steht also Kane ist ja das genaue Gegenteil Heavy Kane ist ja super tief sehr sehr oft ja ähm und damit kommt Müller nicht klar also bisher kam er damit nicht klar ihm fehlt dann einfach die Anschpielstation da vorne ja ähm und deswegen einfach was hast du zu verlieren ne einfach eine Doppelspitze mit dem Tell wie gesagt Heavy Kane hat dann die Freiheiten sich auch in diesen Raum zu bewegen Tell ist dann die alleinige Spitze vorne ähm kann mit dem Musiala und Sané auf der Linie spielen ähm aber ansonsten ist es natürlich auch super wenn mal zwei Stürmer vorne präsent sind wenn da mal eine Flanke kommt ja und die Flanke kann natürlich dann auch einfach mal vom Josch kommen wenn er nur bis hier geht aus dem Halbfeld raus das kann er auch ja das wissen wir dass er das kann Guerrero kann das auch hat er auch schon gezeigt ähm deswegen ja und man hat hier nochmal eine Anschpielstation in der letzten Kette mehr und wie gesagt hier ist auch ein bisschen Raum dann für den 6er oder 8er dass da auch ein bisschen was gehen kann aber nochmal ein Heavy Kane lässt sich sowieso super oft in diesen Raum fallen um den Ball anzunehmen weiterzuleiten danach zu rücken ähm ich glaube ein System mit einer Doppelspitze würde ein Heavy Kane sehr zugutekommen mein persönlicher Take ja das wäre meine Aufstellung für morgen heute haut mir gerne eure in die Kommentare ähm mein Tipp ähm 3-1 für uns ich bin schon optimistisch ich glaube schon dass die Mannschaft dass der Trainer ist Geschichte so das Thema ist durch ja also man muss jetzt als Mannschaft nicht mehr gegen diesen Trainer spielen weil so Bundesliga der Titel ist weg dass man da nicht mit dem mit dem mit der letzten Konsequenz dem letzten Willen äh gegen Freiburg da war wenn man schon das Spiel gegen Lazio im Hinterkopf hatte ja wird niemals einer zugeben ist aber wahrscheinlich auch einfach menschlich und erst recht in dieser Situation in der die Mannschaft gerade ist wo viel halt echt nur über den absoluten Willen geht ja ähm und von daher erwarte ich morgen den absoluten Willen und ich glaube dass wir ein sicher ein sicheres Spiel von uns sehen und sicher weiterkommen werden 3-0 3-1 ja vielleicht kriegen wir wieder irgendwie ein dummes Gegentor weiß ich nicht aber wir werden sicher souverän weiterkommen bin ich mir sicher das ist mein Take in diesem Sinne Leute rot-weiße Grüße gehen raus gerne eure Meinung Anregungen in die Kommentare ich versuche dann bis morgen noch irgendwie alles zu schaffen ist natürlich immer wild wenn wir Dienstag spielen dann da die ganzen Videos noch die Kommentare zu beantworten also seht es mir nach wenn es vielleicht dann auch erst nach dem Spiel passiert ich weiß nicht wie es arbeitstechnisch bei mir ausschaut in diesem Sinne Leute an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank für euren Support haut rein euch ein gutes Spiel und natürlich ein Sieg für uns und dann äh stehen wir im Viertelfinale und dann einfach mal gucken wer kommt vielen lieben Dank dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt vielen lieben Dank für euren Support wie immer lasst gerne einen Daumen da ich freue mich auch über jeden Kommentar der geschrieben wird und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt äh zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainer ein dicken Kuss von dem Trainer von der Meisten was das allerwichtigste ist weil wir wissen dass er ein guter Kerl ist ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft also ich fand das das hat Spaß gemacht zu coachen ein Trainer nicht ein Idiot ein Trainer sei was passiert im Platz dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach geiler Satz ooh magic